Super Nachrichten! Wuchtiges Entlastungspaket mit bis zu 1500 Euro steuerfreien Inflationszuschuss für Millionen Rentner, Arbeitnehmer und Studenten geplant. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wegen der hohen Energiepreise und der Folgen der Inflation kommt das lang ersehnte dritte Entlastungspaket. Der Finanzminister Lindner bezeichnet es auch als wuchtiges Entlastungspaket mit einem Volumen bis zu 40 Milliarden Euro. Folgende Entlastungen sind geplant. Eine steuerfreie Einmalzahlung an Gering- und Mittelverdiener, diese Inflationsprämie soll zwischen 800 und 1500 Euro liegen. Außerdem soll das Wohngeld um eine Heizkostenkomponente ergänzt werden und damit auch erhöht werden. Zusätzlich soll es nochmal einen einmaligen Kinderzuschlag über die Familienkasse geben. Es soll auch eine Einmalzahlung an Hartz-IV-Empfänger, an Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende geben, die keine Steuern zahlen. So soll auch zum weiteren eine EU-Industrie-Strompreis-Deckelung geprüft werden. Auch das Kurzarbeitergeld soll über den September 2022 hinaus verlängert werden. Zudem will die Regierung Wirtschaftshilfen und erleichterte Kredite für kleine und mittlere Unternehmen auf den Weg bringen. Und es soll sogar eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket geben. Finanziert werden soll das neue Entlastungspaket über den Bundeshaushalt. Lindner sagt, es sind noch für 2022 im einstelligen Milliardenbereich Spielräume enthalten oder vorhanden. Und für 2023 aufgrund der guten Steuereinnahmen dann viel höhere finanzielle Spielräume. Insgesamt, so finde ich, gute Nachrichten für alle Menschen in Deutschland. Vor allem aber auch für Rentnerinnen und Rentner und Studenten, die jetzt auch mit einem echten steuerfreien Zuschuss wegen der gestiegenen Energiekosten rechnen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.